Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Smash Pass For You mit NeoLazicat und Zellers Q. Guten Tag! Jo, wie bei den letzten drei Folgen gibt es auch heute wieder wunderbare Kampfthemen, die ich mir überlegt habe. Und wir beginnen mit... Ich bin gespannt. Ja, das war schwierig. Ich habe das eine halbe Stunde überlegt, habe so ein bisschen was gebastelt. Es sind wieder ein paar schöne Themen, ein paar merkwürdige Themen. Okay. Wir beginnen mit True oder Fake. Pit, finsterer Pit, Ness und Lukas. Es darf beginnen, Zellers, weil der in der letzten Folge als erster ausgeschieden ist. Und dann Baron und dann ich. Ich nehme den finsteren Pit. Dann nehme ich den normalen Pit, wenn ich ihn finde. Auch noch mit dem Fake Weiß, damit er auch aussieht. Dann werde ich natürlich wieder Lukas nehmen, denn der ist toll. Okay, juhu. Ich muss nur noch Pit finden. Das könnte nur noch eine halbe Stunde dauern. Das ist der Engel, links unten, bei mir zumindest. Neben der mit den grünen Haaren, die Rikos von dich so toll finden. Neben Palutena, genau. Sehr gut. Ah, neben Palutena, okay. Ja. Das hilft doch schon wieder. Ja, gell, das ist eine tolle Idee. Ich habe Pit schon. Ich habe Pit-Farben, aber ich bin nicht Pit. Du bist nicht Pit. Was bist du denn dann? Ich bin kein Loch. Ich bin eine Grube. Keine Ahnung. Oh. Keine Ahnung, keine Grube. Ich war noch nie so unvorbereitet montags. Ich fühle mich gerade nicht schlecht und ich glaube, ich werde dann von drei Sekunden tot sein. Alter, sei froh, dass du Spionade dabei hast, Alter. Spionade besser. Ja, die hilft mir aber auch nichts. Oha, der sieht echt aus wie ich. Der sieht mehr aus wie ich normalerweise, als ich. Yeah, egal. Ach Gott. Wer von euch ist denn ja eigentlich welcher? Der ist der Süße. Der ist der Schnucklige. Aber wisst ihr, warum ich heute Pink habe? Das ist ein besonderer Grund. Okay. Weil wir haben eine Zeitung abonniert und da gab es ein Einfonds in Pink gratis dazu. Und Trimmi ist eingefallen, sie will das Handy gar nicht haben. Und jetzt kriege ich das und habe ein pinkes Handy. Boah, geil. Ich bin voll der Hipster. Finde ich cool. Ich bin voll der Hipster. Hoffentlich wird das nicht modern. Dann denken alle, ich wäre voll der Hipster. Deswegen habe ich eigentlich die Lore dahinter. Dann hast du den Trend schon gesettet so ein bisschen. Das ist doch schön. Stiege Maschine. Dann wirst du heute bestimmt noch ein Thema finden, was dir gefallen wird. Also es wird euch noch ein Thema geben. Okay. Obwohl du für die Zuschauer eingehen hast. Nächste Woche. Okay. Ha? Ich will mich nicht alles durch. Ah, ich bin so nicht dabei. Sehr schön. Das ist die pinke Gefahr, ne? Die war schon immer gefährlich. Achso, ich wollte euch was fragen, aber das ist eigentlich schlecht während der Aufnahmen. Achso, okay. Dann macht das doch später. Penis-Länge? Ne, das fangen wir am besten erst auf. Ey, Alter. Natürlich war es die Penis-Länge, was welches nachherliegendes hätte sonst sein können. Ja, natürlich die Penis-Länge. Ja, gefällt mir auch nichts ein. Ach, der hat auch einen Spam-Attacker. Sag mir das doch nochmal. Ich dachte, das wäre ja doof, um dir das zu sagen, weil du bist ja im Vorteil. Nein. Ja, aber wie gesagt, ich bin bald stolzer Besitzer eines pinken Eye-Worns. Und als erst, wieso erst bald? Ja, das muss erst verschickt werden. Das wird heute verschickt. Oh, okay. Aua. Durch die Zuschauer mehr oder weniger. Eigentlich wollte ich kein neues Handy und bin mit meinem Samsung voll zufrieden. Ich bin raus, alles klar. Wie das so ist, manchmal muss man auch pinke Geschenke annehmen. Das ist richtig. Gerade als Frau muss man pinke Geschenke ruhig mal annehmen. Ja, eben. Aber Trimmy wollte es nicht. Das ist frech von dir, finde ich. Aber du hast... Wir haben noch ein iPad, das Trimmy dann wird. Ich brauche absolut kein iPad, weil... Oh, okay. ... ich habe ein Tablet, das ist zwar schlecht, aber... ... das benutze ich nur, um, wenn ich streabe, auf dem PC den Chat zu lesen. Oh, shit. Und das ist absolut ausreichend dafür. Nett, Zellos. Nett. Ich bin da auch vor uns reingesprungen, genau wo er das so aufgeladen hat. Das ist die pinke Gefahr, wie gesagt. Was ist denn hier eigentlich los? Der Barry geht halt ab, weißt du? Jetzt ist so die Frage, das ist ja wirklich true. Also... Du kannst nicht den dunklen Pit gewinnen lassen, wobei eigentlich schon, eigentlich ist mir scheißegal. Also, du musst schon mit dem pinken Pit gewinnen lassen. Das wäre schon richtig so. Nein, Zerami. Pick einen. Hier lebt es noch. Mist. Aber ich komme sehen. Okay. Da hat Zellos mal kurz gezeigt, wer hier... Der Finsterer ist. Wer Finsterer ist. Nee, nee, nee. Das mit dem Dark, das hatten wir letztes Mal. Heute ist es, ne? True oder Fake? Ja, ich bin True mit Pink. Ja, hallo. Ja, dann kommt jetzt ein sehr, sehr erfinderisches Thema. Also, wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Mario Brothers. Boah, also, wow. Ja, wow, genau. Mario, Luigi, Dr. Mario und Mario. Okay. Ich darf anfangen, cool. Ja, du darfst anfangen, weil du den Dicke abgelutscht hast. Dann würde ich sagen, ich nehme heute tatsächlich mal Mario. Okay. Dann nehme ich Luigi. Auch ausgehendem Anlass, den ich vielleicht ansprechen kann. Oha. Grüß dich. Long time no see. Ja, das stimmt. Servus. Ah, schön, dass du da bist. Hallo. Oh. Äh, wie nimmst du denn Zelloschips nicht mitbekommen? Ich habe den, äh, Dr. Mario. Dr. Mario, gut, dann sind es auch die echten Mario Brothers. Bin ich voll eklig und mache Werbung. Oha, ist das so. Wisst ihr, warum ich Luigi genommen habe? Nee, weiß ich nicht. Weil mein neues Projekt heute gestartet ist. Oha. Luigi's Mansion. Was? Ich dachte schon Kirby Streamland. Nein, das war das vielleicht auch eine Idee. Also wirklich, war auch eine Überlegung. Nicht schlecht. Okay. Verdammter Schuft. Ja, ich weiß, wie das läuft bei dir. Wie denn? Wah. Na ja, du machst so Spiele und dann wirst du was dazu erzählen. Verdammt, du kennst mich. Ich bin echt gut. Das liegt ja halt so im Urlaub war. Deswegen weiß ich sowas. Wie Luigi's Mansion, das will ich schon sein, dass es rauskommt. Spielen, aber ich bin nie dazugekommen und jetzt zwinge ich mich einfach. Das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen. Ja, ja, das ist der Vorteil am Let's Play. Man kann sich zwingen, das Spiele zu spielen, die man nie kennt. Und ich habe jetzt vier Parts aufgenommen und ich finde das Spiel absolut mega geil. Also, das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool. Das habe ich auch ein bisschen überlegt in letzter Zeit, wo ich mir gedacht habe, naja, jetzt habe ich ja so viel Freizeit, weil ab und zu einer Ausbildung und so weiter, dass ich mal Spiele anfange, die ich kenne, die ich sehr gut kenne und über die ich lange reden kann. Aber dann ist wieder so ein Problem, wird ein langes Let's Play, weil ich automatisch viel rede. Kannst du auch immer zwischendurch abbrechen. Einfach so schneiden, mitten im Satz. Ja, so Notrund. Und dann habe ich mir schon überlegt, so, hm, soll ich Spiele machen, die ich nicht kenne, weil dann kann ich nicht so viel labern und oder machen Spiele, die ich kenne und dann labere ich zu viel. Das Geile ist ja, bei Luigis Menschen, wenn Luigi wenig HP hat, macht er immer, ha, ha, ha. Ja, das ist Luigi, da macht er auch komische Geräusche. Ich muss so lachen, als ich es gehört habe. Aber, ähm, ja, Spiele-Spiel, definitiv. Komm, Luigi rein, dann macht ihr mit. Aber gut, ich wollte es jetzt hier eigentlich nicht so zur Werbung für Hans-Bieter. Ach, das ist doch. Das ist ganz legitim, ne? Das könnte ich auch machen bei Mario Kart für ihr. Nee, da bin ich doch jetzt nicht, dass ich dazu aufrege kann. Du Arschloch, rausgehe. Es war halt nur, wenn du dieses Thema zufällig... Ah, ja, als ob wir uns abgesprochen hätten oder sowas, ne? Dann macht ihr doch mal Werbung, was habt ihr denn, was habt ihr für Projekte? Na ja, so. Immer noch. Wo wir gab beim Team, was sind Mario und Luigi und so, ich mach so Marios Anschein. Ja, es gibt... Was für ein Zufall. Ja, es ist auch bitte. Nein, also, verdammt, jetzt muss ich auch noch ein Mario-Spiel anfangen. Wir müssen ein Doktor machen. Ja, das ist gut, aber... Oh Gott. Nee, äh, Zelda, weil das DLC rausgekommen ist, das Erste. Ah ja, das hab ich schon gespielt. Hast du bei der Prüfung des Schwertes gespielt? Nein, noch gar nicht. Ich hab noch überhaupt gar nichts gespielt, aber aus reiner Protest, weil ich LP machen wollte dazu. Und dann hab ich mich ein bisschen geärgert, weil YouTuber und das ist böse und... Also, vielleicht, da will man dir Sachen gerne spielen und dann darf man nicht, weil YouTube. Ich will dir mal so viel sagen, ich nehm dir nichts vorweg, aber ich hab's nur bis Raum 5 geschafft bis jetzt. Das ist so schwer? Ja? Ja. Also, ich hab's natürlich auch im Urlaub gespielt, so im Flugzeug und im Bettchen, ein bisschen im Urlaub, aber... Oh, im Bettchen! Ich spiel das lieber auf dem Fernseher, normalerweise. Okay. Kann ich nachvollziehen. Und mein Kumpel, der musste mal anfangen, der hat irgendwie seinen Spielstand gelöscht versehentlich. Der hatte irgendwie schon... Also, der war richtig weit, der hat wirklich gut viel gespielt. Und der hat seinen Spielstand gelöscht und hat das jetzt in diesem schweren Helden-Modus, so wie das heißt, angefangen. Und... Und der hat's dort nicht mal in Raum 3 geschafft, also... Das war schon heftig. So. Jetzt kommt jetzt ein wunderschöner Kampf. Mario hat übrigens gewonnen, das heißt, schaut euch das Super Mario Sunshine-Nestplay von mir an. Ja, ja, jetzt seid ihr gezwungen. Als zweiter war Luigi, also ihr könnt auch mal bei Barry vorbeischauen und das Luigi's Mansion-Projekt anschauen. Ja, und ich denke mir was aus. Und ich denke mir was aus. Du hast verloren, da reden wir nicht drüber. Ja, aber... Jetzt kommt das Thema Erbe des Feuers, Titelverteidigung, das heißt, du musst Klurak nehmen. Ey, sitz mich hier unter Druck. Du musst Klurak nehmen. Oha. Ich bin der ewige Sieger des Feuers, auch wenn ich jetzt verlieren kann. Du musst deinen Titel verteidigen, also... Okay. Jetzt komm, ich hasse dich. Neue Herausforderer, und zwar Fox, Bowser und Ryu. Zähl was, du darfst zuerst ausprobieren. Also ich muss Klurak nehmen. Du musst Klurak nehmen. Ja, du musst Klurak nehmen. Ich nehme Fox. Du nimmst Fox, dann nehme ich. Dann nehme ich. Du nimmst nicht Ryu, wow. Dann nehme ich Bowser. Nein, nein, ich nehme Fox. Dann nehme ich Bowser. Ja, ich nehme Bowser. Bei Ryu ist die Chance groß, dass ich mich verkecke. Groß? Das ist keine Chance, das ist sicher. Das ist sicher, ja. Ja, ich habe gesehen von den normalen B-Angriffen, kriege ich es meistens hin, irgendwie irgendeinen anderen Scheiß zu machen. Vor allen Dingen das Side-Bee. Und das finden wir alle sehr schön, also... Ja, das ist sehr schön. Ihr müsst jetzt für mich halten, dass ich meinen Titel Erbe des Feuers, auch wenn ich ihn niemals verliere, wenn man einmal Erbe des Feuers, kann man nicht enterbt werden. Es könnte aber noch einen zweiten Erbe des Feuers geben. Du kannst das ja wieder vererben, deswegen heißt es ja Erbe des Feuers. Oh, stimmt, du musst das Erbe teilen. Oh Gott. Ja, das kann passieren. Du kannst aber auch einfach gewinnen. Wie wäre es denn damit? Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, aber ich kann das versuchen. Barry, das wirst du hinkriegen. Ich glaube an dich. Ich habe so meine ein oder andere Attacke, die ich einsetzen kann, die zum Beispiel... Feuer, Flammblitz! Ich bin direkt gesprungen an meinen Faden. Hat er schon gewusst, dass es passiert wird. Das macht er immer so. Als das Ganze mal redet, dann Flammblitz! Flammblitz! Oh Gott. Ach, ich liebe Luchak. Geiße. Das war, als hätte ich keine Chance, außer wenn ich Flammblitz hatte. Ich habe mich getötet, ey. Ich habe es sogar irgendwie getötet. Weil das war irgendwie mies, weil Zellos war in meinem Grab gefangen. Ja, ich kann aber nichts machen. Ich weiß, wenn ich Flammblitz einsetze. Schon wieder. Ah, mir ist das ja doof. Vielleicht könnte ich auch nochmal... Ach, der springt einfach hoch. Der springt einfach hoch, das Schweigen. So eine Unverschämtheit. Ach ja, ich sag nur Flammblitz. Nein, nein. Okay, okay, das kriegst du zurück. Weg mit dir auf, ey. Gemein. Vielleicht setz dich jetzt mal die Attacke nicht ein, um euch zu verwirren. Oder du verwirrst uns und sagst, dass du sie nicht einsetzt. Du setzt sie ein. Nein! Er lebt noch so schlecht. Wie er das noch überlebt hat. Nicht schlecht, nicht schlecht ist er, Barry. Ja, überleben ist das eine. Andere ist... Gut, Flammblitz! Genau. Das war jetzt so offensichtlich. Ich muss das machen, wenn ihr nicht damit rechnet. Ja, ja. Zum Beispiel... Jetzt nicht. Vielleicht aber jetzt. Oder jetzt! Verdammt. Irgendwann wird es voraussehbar. Das ist einfach das Problem. Sollte aufhören, die Attacke zu rufen, aber es macht so viel Spaß. Flammblitz! Flammblitz! Du bist... So. So wie zum Erbe des Feuers. Ach komm! So wie zum Erbe des Feuers 2. Bowser! Ja, gut. Hallo, Tera, ich grüß dich. Wird einfach so akzeptiert jetzt. So, hi, Tera! Sehr schön. Man kann natürlich nicht auf alles, was jetzt in dem Chat eingeht, zu 100%ig eingehen. Ich schreibe immer Zeit, wenn ich tot bin. Aber ich, ich bin der Loser. Ich darf alles eingehen. Okay, dann kommt jetzt übrigens ein besonderes Thema, da jetzt Bowser ja gewonnen hat. Ja, hi! Passt das hervorragend, denn jetzt kommt Bowsers Nachfolger. Das bedeutet, wir nehmen jeder einen unserer Favoriten... äh, favorisierten Koopalingen. Oh, okay, sexy. So, und wenn es geht natürlich keine Doppeln, also bitte zuerst auswählen, lieber Zellers. Äh, ich nehme den Ludwig. Äh, lieber Barry, Barry, Entschuldigung, Barry. Oh, okay. Ich nehme... Wendy. Oh. Das überrascht mich nicht. Süß. Äh, Zellers? Ich nehme den Ludwig. Du nehmst den Ludwig, ne? Dann muss ich ja Iggy nehmen, ist ja keine Frage. Iggy! Yes! Okay. So, also wir entscheiden jetzt, und das ist rechtlich bindend für jeden, der jemals dieses... ne, der jemals darüber redet, wer jetzt der Nachfolger von Bowser wird. Das entscheiden wir jetzt. Also ein ganz schöner Druck, den du hier aufbaust in diesem Part. Ja, ja, ich bin heute sehr, sehr offensiv, was es angeht. Auf jeden Fall. Okay, verstehe, verstehe. Der letzte Kampf in diesem Part, oder? Ne, der vorletzte. Der vorne noch einer. Alles klar. Übrigens, in jedem Part wird es jetzt eine Titelverteidigung geben. Nur mal so als Info. Kann ich euch also auch noch euren Rang leidig machen? Ja. Übrigens ist mir was aufgefallen, was ich noch machen könnte. Ach so. Ja, Moment. Kugelschuss! Ach, jetzt ist gar nicht der Kugelschuss. Kugelschuss! Aber... Welcher Kugel? Ach, wir sind alle hier, das habe ich gar nicht so gescheckt. Oh Gott, das ist ja voll der Elend. Das ist richtig cool. Schon okay. Ich finde eigentlich, dass Ikki der wahre Erbe eigentlich ist. Ja, aber ich habe es nicht genommen. Ja, und du hast jetzt natürlich Wendy genommen, also selber schon. Und schwierig, hier wieder heimzukommen ist, was hast du ein bisschen? Ja, das ist... Ich habe aber auch Schwierigkeiten. Ich habe so lange, so lange du noch gegen Tekken gespielt. Ja, naja, so viel Tekken spiele ich ja auch nicht. Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist halt ein ganz anderes Spiel. Nein, ich komme da nicht raus. Er kam nicht, hat seine Klaus gar nicht so zu tun. Nein, wieso? Ja, ich habe jetzt ja auch eine Woche nicht gespielt, außer gestern Abend noch ein bisschen. Und ich bin auch völlig raus. Das ist gut. Das ist unsere Chance heute. Glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran. Das war Zellers, ja. Okay, ich habe auch mal Momente. Sie spielen, ist nicht oft, aber... Ist nicht oft, ja, aber sie kommen. So, und... Kugelschuss! 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 Ich bin tot! Nein, hinter Kugelschuss hab ich getötet. Haha, der mächtige Kugelschuss! 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 Ich habe mein Ding direkt zum... Ja, Kugelschuss! Egal, oft bin ich scheiße. Ich habe zur Basis die Opfer. Oh nein! Jetzt habe ich keinen Spaß mehr. Oh! Kommt der Leck! Alles gut! Wir sind wieder da! Nein! Neb! 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 Was tue ich denn da? Pop kommentiert heute wieder. Neb! 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 Ach! Bäm! Was war denn das? Das war mein Hammer. Cool, ich bin zweimal geworden. Habe ich gar nicht gesehen. Das kam zu schnell. Weil natürlich Spannung aufbauen vielleicht finde ich nicht. Ich glaube, das ist... Brandy kann doch nicht wirklich der Erbe sein. Das ist ja... Also, ich weiß nicht, was bei euch ist, aber wir können den Stream von Barry Vinderbar verfolgen und einfach mal reinkommen. Äh, restarten und so. Einfach den Cache mal lernen. Cache! Hören Sie ja eh nicht, aber... Wenn dort das hören Sie... Äh, hören und äh... Na, wenn der Stream funktioniert, können Sie es ja nicht hören. Vielleicht können Sie es riechen. Vielleicht können Sie es riechen. Die schreibt mal rein. Nein! Autsch! Das ist schön, wie man verloren hat. Dann kann man sich konzentrieren auf... Ja, man kann in den Chat gucken. Man kann schreiben. Netten Leuten. Hack! Iggy! Alle freuen sich. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Ich danke euch. Ich finde, Iggy hat es verdient. Iggy ist schon nett, ne? Ist ein bisschen irre, aber... Ein bisschen irre, aber das ist okay so. Ist ein bisschen irre. Fungig, dass die alle kein Bild haben. Achso, äh... Ja, ich hab wunderbar Bild. Ich verweise sie euch mal kurz auf den Stream von Zellos. Dann schau dir halt dort mal kurz rein, wenn es bei Barry nicht funktioniert. Komm bei mir rein, los! Kommt der! Da war eigentlich Barry die Zuschauer klauen, aber... Äh, achso, nächstes Thema. Okay. Prinzessin unter sich. Und da ist jetzt... Ja, da musste ich ein bisschen überlegen. Äh, Zelda und Peach ist klar. Ja. Und Lucina, die ist ja... Müsste irgendwie Prinzessin sein. Okay, ist auch Prinzessin, ja. Na, gut. Und dann hab ich einfach mal noch Rosalina dazu gestopft, das... Das passt irgendwie. Ja, Rosalina passt auch. So, okay. Wer hat verloren, Zellos? Bitte. Ich hab verloren, ähm... Ja, gut, war ja mehr oder weniger. Klar, ich ne Lucina. Uh, Glück gehabt. Ich nehm... Hatscha! Hatscha! Dann nehm ich heute mal Zelda, weil ich letztes Mal schon Rosalina hatte. Wunderschön. Wunderbar. Natürlich kämpfe ich wieder in Pink. Zum dritten Mal heute übrigens. Oh, nicht schlecht. Das ist unglaublich. Ey, was ist mit dir los? Das ist unglaublich. Ich muss mich mit meinem Handy synchronisieren. Willst du dein Statement abgeben mit deinem Pink hier? Möchtest du ein Steak abgeben? Ein Steak? Ne, Steak würde ich nicht abgeben. Was? Wobei, ich mag Steak eigentlich gar nicht so gerne. Jetzt hätten wir ihn fast nicht für den Steak. Was? Weil du stehst mehr so auf pinke Sachen, ne? Auf Einhornfleisch. Also ich esse schon Steak, auch mit Buttersauce, aber ich würde dir jetzt einen Döner vorziehen. Ich würde eine Pizza vorziehen. Oh, ist das schon. Einen Schnitzel vorziehen. Wie wärst du, wenn du jetzt mal die Klappe hältst? Ich hab noch kein Abendessen. Hm, Schnitzeldöner. Schnitzeldöner. Wie geht nochmal die Attacke, die hier? Hatscha! Wie geht die hier? Hatscha! 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 Aua. Hör doch mal auf, jetzt hier Zellos. Vor allen Dingen das Gute ist, bei Hatscha, man verliert gar nicht ab hier wie bei Guruk. Ja, eben. Das stimmt. Das ist so unfeuergesehen eigentlich. Und niemand rechnet damit, dass ich das einsetze. Ah! Ah! Haben die eigentlich noch was anderes außer Hatscha? Nö, ne? Nee, gar nichts. Okay. Hatscha! Siehst du? Die kann wunderbar Hatscha. Was geht denn mit dieser Peach ab, ey? Und sie hat einen Regenschirm in Pink. Das macht sie auch sympathisch. Uiuiuiuiui. Und der hat einen Toast, der irgendwie reflektieren kann. Aus Gründen. Aus Gründen. Kann auch noch Trenals spielen. Weil ihr Hauptaugenmerk hat sie... Oh fuck. Das war gemein. Blöden. Ja, ja, ja. Ihr Blöden. Lick! Irgendwas. Ihr Blöden. Meine Schocks! Wollte Sachen sagen, aber die müssen sich doch rauspiepsen. Deswegen hab ich gelassen. Wuh! Jaat euch! Hey mit euch! Aua! Ach, das darf ich nicht vergessen. Der Abloh ist so böse. Ja, der Abloh ist richtig schön! Aua! Alter, was ist denn mit dieser Peach? Die hat irgendwelche... Hat die Tollboot oder sowas? Ja, das ist ein Boot. Hat die Tollboot. Luuu! Haha, Alter. Der Zeller ist aber sowas von weggeflogen. Haha. Ich muss was machen, was ihr nicht mit rechnet. Nein, nein, nein. Hatscha! Hatscha! Hättest du mich jetzt schön smashen können. Hätt ich, hätt ich ja. Ja, wir müssen dann mal irgendwie Aua. Irgendwas dagegen tun. Na nix da. Nach der Aufnahme. Erstmal hier fertig machen. Erstmal hier fertig machen. Nein, 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 nein. Das ist perfekt so. Für mich läuft gerade wunderbar. Das soll so bleiben. Ah! Nein! Ah Gott! Ja, wir baffeln alle! Wir haben halt die Sterne, weißt du. Das ist halt so. Bei der großen Beliebtheit. Ich mach einfach nur noch Hatscha. Ich bin sowieso jeden Moment tot. Nein! Ich bin sowieso gleich tot. Ich bin eine Prinzessin. Egal, ich auch. Das stimmt. Sorry. Taktik ist unschlagbar. Okay, siehst du. Nein! Könnt ihr euch nicht mal gegenseitig umbauen, wenn ihr das nicht hermacht? Nee, kann ich nicht. Zähler ist doch so nicht. Nein! So, wer will als nächstes? Ja, viele Möglichkeiten hast du jetzt nicht. Weißt du, ich hab einen Pivot-Flap gemacht. Verdammt! Na, du, das zählt nicht. Das zählt nicht. Boah, da hat er wieder alles getroffen hat. Jawoll! Ach, zähler. Ist das schon was? Ich, ach Gott, hör auf, ey. Da kommen die Flashbacks. Das sind wie diese, wie an Lamm-Flashbacks, weißt du? Ja, das stimmt. Ja, das ist jedes Mal bei mir, da wird was ausgelöst. Jedes Mal. Ja, gut. Dann warst du auch schon für heute. Ja, das tut mir sehr leid, Zellers, aber ich muss jetzt... Stopp, stopp, stopp. Okay, also, schaut bei den Jungs vorbei. Das war's für heute. In der nächsten Folge gibt's dann noch mehr Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!